ein berühmter forscher hat einmal gesagt was wir tun ist besonders nicht was wir sind ich wollte mir einen namen machen abenteuer nachjagen aber stattdessen haben die abenteuer mich gejagt das wir gehen zu mir tun nein 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 Ah! Ah! Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesen Dreieck kam? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Sie könnte der Schlüssel sein! Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit! Das mit dem Turm muss ihr verleihen. Sie verlassen uns. Ah! Konzentration! Du schaffst es! Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinen Pinguin-Pyjama. Haha! Ich war fünf Jahre alt! Das war mein erster Fund! Oh Gott! Cut! 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 Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh so. Jetzt leg dran! Ich mach dich fertig! ich bin da so. Ich bin da! fifty! Achtung! Ja, ja. Ja, sie sagten ein paar Jungs sind zum Bergen rein und nie... Ja, sie sagten ein paar Jungs! 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 Ja! 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 Ja, sie sagten ein paar Jungs! Ja! 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 Ja!